Schwestern und Brüder der fünften Flotte, es ist soweit. Ich werde den Abschied kurz machen. War nie gut mit Worten. Sobald ihr an Bord dieses Schiffes geht, gibt es kein Zurück. Der nächste feste Boden unter euren Füßen wird der der neuen Welt sein. Sollte jemand die Nerven verloren haben, möge er jetzt Kerk machen. Keiner wird es ihm vorwerfen. Sehr gut. Dann Mast und Schotbruch. Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hey, schon gehört? Wir sind fast da. Packen wir die neue Welt bei den Hörnern? Fühlt sich ewig an, seit ich von zu Hause weg bin, um mich der Kommission anzuschließen. Also, nervös? Glaub mir, verstehe ich. Alles Mögliche könnte uns da passieren, aber hey, da... Hey, bist du nicht einer der Top-Auswahljäger? Was? Im Ernst? Wir auch? Hey, verrat uns deinen Namen. Also, wie wär's mit dem Trinkspruch? Haha! Auf die Top-Auswahl! Und die Kommission! Kurs! Also, sag mal, was ist deine Ansicht? Die Drachenältesten müssen die neue Welt doch aus irgendeinem Grund aufsuchen. Die Forschungskommission besteht jetzt seit 40 Jahren und die Gilde will endlich eine Antwort. Man sagt, die fünfte Flotte hätte die größte Chance, diese Nuss zu knacken. Und ich glaub das auch! Hey, apropos. Top-Auswahlleute arbeiten meist in Zweierteams. Hast du schon deinen Partner getroffen? Hör dir das an. Wird wohl ernster draußen. Die Wellen werden größer. Das muss Landsichtung bedeuten. Du bist doch in der Top-Auswahl, oder? Hey, Mietz, Mietz. Ich bin keine Telepatin, aber ich hab ziemlich gute Ohren. Oh, freut mich sehr. Ich bin übrigens auch in der Top-Auswahl! Oh! Oh! Hol' ich! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.